Hinter mir, es ist ein bisschen laut, weil wir direkt an der Straße sind, aber ich mache es trotzdem. Hinter mir fließt die Oka in die Aller und dann fließt die Aller hier weiter weg. Ein wunderschönes Fleckchen Erde hier in Mühden Aller. Da hinten kann man in der Ferne das Wehr sehen. Da waren die Bürger ganz clever. Es ging um das Betreten. Die Insider werden jetzt wissen, worum es geht, ob man da drüber darf oder nicht. Und die Bürgerinnen und Bürger haben selber eine super Lösung gefunden. Und jetzt können alle wieder über dieses Wehr gehen und hinten in das wunderschöne Naturschutzgebiet kommen. Das nenne ich Bürgerengagement. Das finde ich prima.